Hallo und herzlich willkommen zur kürzesten Kadervorstellung der kompletten TPA. Ich erkläre euch, warum ich meine Pokémon gepickt habe, in drei Wörtern oder weniger. Das Ding böllert. Wollte es testen. Mein Lieblingsstarter. Wollte eigentlich Nidoking. Mega M.A. F.M.B. Deckant Defog. Ersatz von Bronzong. Offensiver Verfolgung Nutzer. Krabbe mit Rocks. Sidekick und Defog. Bestes Maskottchen. Ever. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche bei Spieltag 1 der TPL. Tschüss. Mah-Xsha'n Nasten. Mah-X- targeting- Maßnahmen- Sendung'a las, j$%! Untertitelung des ZDF für funk, 2017